Wir sind der 13. Februar 2022 und ich gehöre jetzt noch ein paar Vögel im Hintergrund. Eventuell kommt der Buchfink hier oben, sobald ich es schon hier zu gehören. Vielleicht auf der Höhe aufgeschüttet oder später, je nach dem Wagner-Museum hinten. Es ist vielleicht noch mehr zu hören oder zu sehen. Wahrscheinlich jetzt wieder Gänze. Wahrscheinlich eventuell auch. Es geht noch gut.